Moin Moin, ich begrüße dich herzlich zu meinem YouTube-Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du dir ein Video von mir anschaust. Vor einiger Zeit habe ich ein Video gedreht, das den Namen hatte Casio FX991 Dex Classwitz in Klammern Alt oder Casio FX991 DeCW Classwitz in Klammern Neu. Welcher ist besser? In diesem Video habe ich verschiedene Kriterien gegenübergestellt von den beiden Rechnern, ob das jetzt das Aussehen ist, ob das die Funktionen sind oder der Preis. Ja, und jetzt bin ich allerdings zu einem eindeutigen anderen Fazit gekommen und das möchte ich in diesem Video kurz erklären. Mein neues Fazit lautet, der Taschenrechner Casio FX991 Dex Classwitz ist besser. Ja, wie komme ich drauf? Ich bin bei mir an der Schule zuständig für die Taschenrechnerbestellung und als ich jetzt ein Angebot mir eingeholt habe, da wurde ich darüber informiert, dass Casio wieder den alten Taschenrechner produziert, weil Casio doch bemerkt hat, dass der Nachfolger nicht so gut bei den entsprechenden Kunden angekommen ist. Und damit hat auch mein Taschenrechneranbieter diesen Taschenrechner wieder im Sortiment und somit werde ich jetzt auch dieses Jahr den wieder bestellen. Ich hoffe, Casio wird den weiterhin produzieren und nicht wieder nach zwei Jahren die Produktion einstellen. Wenn man jetzt diesen Taschenrechner kauft, dann ist eine Online-Sammelbestellung mit Elternbrief, wie ich es hier im Blau geschrieben habe, sinnvoll. Da müsste sich natürlich eine Lehrkraft drum kümmern. Dann bekommt man den Taschenrechner für 23,95 Euro. Macht man das ohne Sammelbestellung, so gibt es Anbieter, da kostet er dann 27,95 Euro oder aber auch ein bisschen weniger oder mehr. Und das ist natürlich ein ordentlicher, guter Preis für diesen Taschenrechner. Deswegen würde ich auf alle Fälle den Nachfolger nicht kaufen und nicht nur wegen des Preises, wie ich ja in dem eben genannten Video schon erklärt habe, sondern auch wegen des Aussehens und vor allem wegen der Handhabung. Ein wichtiges Ausschlusskriterium beim neuen Taschenrechner ist natürlich, dass der viel mit Unterprogramm arbeitet. Also, mein Fazit ist, da der Preis jetzt wieder stimmt, dass der Casio FX 991 Dex Classwitz der bessere ist. Das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ja, und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann würde ich es mich freuen, wenn du das Video likest. Und solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.